Nächster Halt Nordhausen. Unsere Zugfahrt endet dort. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Umsteigemöglichkeit zu Zügen des Nahverkehrs und der Harzer Schmalspurbahnen. Nächster Halt Serta. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt Volkramshausen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Umsteigemöglichkeit zu Zügen des Nahverkehrs. Nächster Halt Nora. Der Zug hält nur bei Bedarf. Bitte drücken Sie jetzt den Haltewunschtaster. Zug hält in Nora. Nächster Halt Nora. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt Wipperdorf. Der Zug hält nur bei Bedarf. Bitte drücken Sie jetzt den Haltewunschtaster. Nächster Halt Wipperdorf. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt Bleicherode Ost. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt Gebra. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt Solstedt. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt Gernrode Niederorschel. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt Hausen. Der Zug hält nur bei Bedarf. Bitte drücken Sie jetzt den Haltewunschtaster. Nächster Halt Leinefelde. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt Leinefelde. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt Wipperdorf. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt Bodenrode. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt Heilbad Heiligenstadt. Unsere Zugfahrt endet dort. Ausstieg in Fahrtrichtung links.